Oh, uah, uah, achso, äh, ok, ich hab ne Idee, so, dann kann ich doch da hoch springen, oder nicht? Ähm, nicht ganz, da fehlt noch eins, ich könnte auch gleich dort stehen bleiben, die rutschen von alleine runter, wo war nochmal das andere, ähm, mach da, ja, Lara, du bist einfach nur zu fett, geh mal abnehmen, so, und noch eins, lass es liegen, ach Gott, Mädchen, so, da fehlt noch eins, wenn ich wüsste, wo es ist, ah, ok, Mist, fast! Na, kann ich mich da eigentlich ranhängen, oder sowas? Ah, ich will mich da ranhängen, die Landung war ein bisschen zu fest, oder zu hart, ja, oder einfach, leg's einfach ab, genau, so, hierhin, so, jetzt aber, antapf, oh, ok, wir sind schon oben angekommen, hell yes, noch mal umgucken, bevor man die Hauptattraktionen anguckt, ne, ist ja ganz klar, wie im echten Leben, jetzt kommt's wieder, oh, ah, oh, schön, niemand hat eine Ahnung, was sie mitnimmt, oh, ah, oh, boah, cool, na, ok, jetzt weiß man was, soll ich da wirklich? Scheiß drauf, ja, ja, damit, ich möchte Lagerfeuer, so, was wollte ich letztes Mal nochmal machen, ausweich, nein, das war hier, äh, Pfeil, ne, hm, Spezialistrang 2, das da, Gewichtheber, ah, maximale Munitionsmenge, klingt gut, klingt gut, ja, ein Bild von ihm im Hintern, super, das beschreibt auch sofort, die Munitionsmenge, die man mitnehmen kann, ist verständlich, meine Güte, so, warum heilt die schon wieder, verstehe ich gar nicht, jetzt läuft die wieder langsam, Bomb, 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 da jetzt auf einmal wieder schnell, und jetzt wieder langsam, das ist eine Taktik, das hat irgendeine Taktik, eine sehr geheime Taktik, die will davon nichts erzählen, eindeutig, wieder die Treppen hoch, und, so, Na komm, wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind gleich da, wir sind da, bomb, 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 die fette Lara, bomb, 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 so, wieder diese Bazillen, so, finden sie den Weg zu Grimm, Grimms Märchen, oder, hier war doch so ein Ding, ne, wo war das, oh, ein Wildschwein, hallo, ach da, cool, noch so ein Ding gefunden, keine Ahnung, für was, aber, schön, dass ich es gefunden habe, Hühnchen, ach so, so, da, 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 ich kann mich da nicht festhalten, so, hä, war das nicht hier, ach so, das war oft dann, so, hier war das, hu, stopp, dein Ernst, Na komm, na komm, so, meine Nase juckt wie Sau, aber, oh, stopp, Grimms, bist du da, ne, ne, oh, nein, fuhr, ne, ne, du mit deinen scheiß Molotows, ein bisschen Alkohol, schadet mir nicht, na komm, hau rein, alter, 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 na, 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 Mist, hu 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 hu, ah, Mist, es wird nichts, oh, alter, alter, ganz ruhig, brauner, ganz ruhig, genau, zoom hab ich voll vergessen, oh, der mit seinem scheiß Maschinengewehr nah Mist Yes Hey wie viele seid ihr meine Güte Da war noch einer Die Waffe weg oder ihr Freund ist tot Nein verdammt du es nicht Das macht mir nichts Mann denn ich bin aus Glasgow Tritt sie den Abgrund runter Mist Nein und wurde zur geschichte warum auf einmal als könnte sogar grün retten ich brauche erst mal munition mädchen lang nicht mehr die karte gesehen so umgucken der hat noch was hier waren nicht viele hallo dein ernst und so wenn wir glück haben lebt er noch mal das eher unwahrscheinlich aber ich glaube schon dass er liebt der alte teufelskerl der schafft das der grimm wohin muss ich warum stopp ach du scheiße ich kann doch nicht runterspringen also gibt sie keinen kurzen weg nach unten oder so nicht mehr als nee komm das tue ich dir lara nicht an die hat sowas nicht verdient und wieder zurück okay das reicht das war knapp wie komme ich da rauf komme ich da überhaupt drauf warum hängt das soll das hängen wie soll ich da runter kommen ich glaube ich springe einfach tut mir ein bisschen wie hoffentlich fängt aber auch mich ab nee wie soll ich dahin egal ich finde das sollte ich bei den nächsten vor wo bin ich what the fuck wohin soll ich ich soll dahin okay ich habe keine ahnung wo ich bin ich bin hier oben okay okay das ding hat mich einfach mal bei der richtigen stelle abgelegt abgesetzt so da hinten ging es glaube ich auch noch auch darauf habe ich reagiert oh wer war das ich gebe dir feuerschutz du kannst nach oben klettern ich wollte gerade die folge beenden jetzt geht auch weiter da hat ein sniper läuft bei ihm sturer Mistkerl oh gott nein sei nicht traurig war mach was draus wir trinken einen auf den alten mann wenn ihr weg sind mehr als nur ein zwei ach du scheiße ja ich habe ein freies schussfeld bis zu den palastmauern ja aber ich sollte hier das ist ja großartig du gibst ihnen ein signal ich hole sam und die anderen aber vielleicht sollte ich hier geht es um keinen piloten ich habe sam und die anderen da reingebracht ich hole sie wieder raus ja und mit diesen worten beende ich auch langsam mal hier diese folge ich weiß jetzt nicht es kann sein dass diese folge relativ kurz ist außer ich nee ich kann es gar nicht zusammenschneiden egal ja ich wünsche euch viel spaß ich hoffe beim nächsten mal schaltet ihr auch wieder ein danach wir sind langsam am ende glaube ich mal ne sam retten und danach abhauen klingt logisch finde ich auch gut machen wir auch so in der nächsten folge aber das könnt ihr dann auch nur sehen wenn ihr da seid ne also morgen wieder einschalten also tschüss ja 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 ja